Aus noch ungeklärter Ursache schlugen am frühen Samstagmorgen hohe Flammen aus dem Schreibwarengeschäft Schulze in der Westersteder Innenstadt. Feuerwehr und Rettungsdienst evakuierten vorsorglich sieben Bewohner und Nachbarn. Wegen der geschlossenen Bebauung hatten die Feuerwehren, die aus allen Teilen der Stadtgemeinden anrückten, Mühe, den Brandherd zu löschen. Stadtbrandmeister Volker Nehmann vermutete, eine defekte Gasleitung könne der Auslöser für den Brand gewesen sein. Die Brandursache ist jedoch bisher noch nicht vollständig geklärt. Die Polizei beschlagnahmte die Brandstelle für weitere Untersuchungen.